Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Wir wollen, Entschuldigung, der Journal wollen wir jetzt anzocken. Ihr seht, ich habe schon 57 Minuten gespielt. Diesmal wird es nicht so lange gehen. Es ist nur Englisch, Russisch und Chinesisch als Sprache zur Verfügung. Wir haben auch keine Untertitel, die quatschen sowieso nicht. Das Setting ist Englisch, Chinesisch, Russisch und das Wartschon. Dann können wir aus, männlich, weiblich, Musik. Galerie, das ist jetzt was ich jetzt schon freigeschalten habe durchs Spielen. Start Game. Und so ganz durchgeblickt habe ich immer noch nicht. Wir haben oben so ein P-Zeichen. Das kriege ich bei manchen Missionen und für manche Missionen muss ich Geld ausgeben. Dann haben wir noch 1, 2, also die Würfe zeichnen. Das heißt, wie viel Felder man vorangeht. Das Blau, Rot, ich habe keine Ahnung. Und das Muskelzeug, das ist dann halt... So, hier können wir dann halt auch... Dafür ist es dann halt da. Das ploppt dann ab und zu auf und dann können wir da dieses Muskelzeug reinpacken und dann halt das Horoskop verbessern. So, wir nehmen mal... So. Sechs Felder. Tausend. Dann kommt hier so ein... Warte mal, da habe ich einmal bis jetzt nur das Hufeisen gekriegt, sonst immer Spiegel. Ich habe keine Ahnung, was die von mir wollen. Oh! Also die Minispiele sind gar nicht mal so schlecht. Also ich könnte jetzt auf Daten gehen, aber ich mache mal noch ein bisschen checken. Weil wir wollen ja das Herz erhöhen. Reicht doch, wenn er einmal oben das erste drückt. So, jetzt geht nichts mehr. So, dead. Und irgendwie müssen wir mal auf die Punkte kommen, dass ich dann mal was ab und zu ploppt aufs Feld, auf das man was für 3.000, 4.000, 5.000 rufen kann. Ich habe nicht genug zusammen. Hier müssen wir jetzt einen Schlüssel finden und wir müssen halt so eine Icons sammeln. Das ist oben für die Punkte. 1.100 Punkte brauchen wir. Ich habe aber nur 40 Blitze. Ich werde das alles mitnehmen. Weil es ist egal, wie viele Felder wir vorankommen. So. So, aber hier extra jetzt noch was ausgeben dafür wollen wir jetzt nicht. So. Und das sind jetzt diese Spezialsachen. Oh, Roseneine sammelt, die sind für unten wichtig. Und ein Schlüssel. Nehmen wir natürlich alles mit hier. Und den Schlüssel. Und die Hose und das. Und schon sind wir... Wir haben eben noch 7 Züge, die wir jetzt machen können. Also siebenmal was drücken. Und wir haben es aber neu schafft. Jetzt können wir eine Bronze, weil wir mit ihr das erste Herz haben. Dann können wir gut beimachen. Was anderes geht auch nicht. So. Ich habe 1600 Punkte. Ich möchte eigentlich jetzt ungern Punkte opfern. Ne, das wollen wir jetzt auch nicht. Ich möchte einfach das machen. Okay, ich möchte jetzt mal auf. So. Und wir können... So. Also hier... Ich möchte jetzt, was das alles so Leideres machen. das finden. Jetzt gucken ne, die Infine. Und werfen, werfen wir, was da. Schüss. Also, das ist das schon schwer. Und werfen, was da ist das glücklich? Und werfen. So, was das ist das? So, ich will immer noch nichts, ich will immer noch das. Da seht ihr, jetzt haben wir das zum Beispiel und ich kann wieder nichts machen. Aber das hier bringt zum Beispiel plus 800. Oh Gott, wir waren Julia, sie war die und wer war Julia, Julia hat auch zwei, nimm mal Julia. Ach so, das war ja die, die wir eben schon hatten. Nee. Ich zeig mal, wie ich das aushebe, seht ihr da nicht, zack. Ich will wieder runter vom Geld. Und da auf den Feldern ist halt hoch, dann kommt man mal auf P und mal was weiß ich. Alter, jetzt kann ich jetzt zum Beispiel nichts machen. Okay. Okay. Oh. Oh. Die quatschen auch nicht, nix. Die quatschen auch nicht. Das kommt auch ab und zu. Oh, das ist das erste Mal, dass ich hier gleich habe. Cool. Gleich kann ich wieder noch Karten für Geld machen. Okay. 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 Spannungsgeladen Aber heute scheint ein guter Tag zu sein. So, ich hab vorhin ja immer mal was anderes genommen, ich mach jetzt hier immer nur oben. Jetzt ist nichts mehr, seid ihr da? Die Dinger, die ziehen den Punkt ab, aber es ging jetzt nichts anderes. Sechzehn Züge, aber knapp. Okay. 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 Wollt ihr euch auch? Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Okay. Oh, okay. Okay. ich könnte mir jetzt natürlich mit dem übersetzer hier ansetzen und die ganze scheiß übersetzen da habe ich auch keinen nerv zu sagen ich wollte gar nicht andrücken was ich bin ein bisschen Scheibenglas hat, das verliere ich. Mist. iertel Kretel gelieb, das ist spe Cela! No, die jetzt mal. Das war's. Sollte 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 Oh. 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 Ah, Mist. Ah, meine Pfaffer kommt mir noch vor. Das ist schon Abendbrotzeit. Papa! Jo, ich bin gleich fertig. So. Und schon haben wir das geschafft. Und haben sie ja noch sieben Züge übrig. Ich weiß, dass du deine Kauft hast, Hansel. Kannst du eine Küche stehen lassen, wenn ich das Werkzeug drin räume? Kabelzange und so. Ja. Ja. Aber ich nehme gerade noch auf. Wartet noch bitte kurz. Ich will nur kurz hier mal testen. Ach, wieder Spiegel. So. Und dann nehmen wir 800. Dann gehen wir da rauf. Ja. Ich muss mehr darauf achten, dass man dann halt direkt auf die drauf geht. Ah, jetzt seht ihr hier. Hier haben wir jetzt eine, die hat gar nichts. Einfach immer X drücken. Shit. Das jetzt schneller geht. Das geht nicht mehr. Dann gehen wir auf ein Date. Gehen wir mal hier her. Und läuft halt die ganze Zeit immer wieder so ab. Ich habe ein neues Outfit unlockt. Jetzt müssen wir 1400 Punkte machen. Und wir müssen jetzt diese Punkte sammeln. Die Rosen sind unten für die Dings. Aber ihr müsst nicht, also die würde ich nicht machen. Also ich würde so lange machen, wie ihr könnt. Die würde ich nicht machen. Die ziehen ab. Die würde ich auch nicht machen. Die ziehen ab. Wir haben hier einen Schlüssel. Wir können ja mal hier den. Passiert nichts. Achso, das ist da oben das Ding. So, Schlüssel. Das, das, das. Rose. Wir brauchen dann aber das. Guckt mal hier, was wir hier haben. So, seht ihr das? Da geht dann halt zu viel Energie drauf verloren, dass wir das halt dann freischalten. Und immer Blitze mitnehmen. Blitze und mehr Züge habt ihr dann zur Verfügung. Oder könnt ihr halt wieder regenerieren. Seht ihr? Jetzt haben sich die hier verwandelt. Zack. Und dann gehen wir wieder zurück. Wir haben nur acht Energie. Und das ist jetzt richtig doof. Und wir haben verloren. Weil wir halt zu viel opfern mussten, um diese Däne-Dinger freizuschalten. Dann muss man vier Mal machen. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Aber ich denke mal das Grundprinzip habt ihr verstanden. So. Dann würde ich mich jetzt hier auch für angezockt verabschieden. Däumchen wäre natürlich ein Träumchen. Das ist halt... Also die Minispiele, die wir gerade gemacht haben, die sind echt... Die machen mir Spaß. Aber dadurch, dass ich nicht verstehe, was die hier wollen. Und das hast du nicht gesehen. Einfach nur irgendwie vorzusehen, dass man zu den Frauen kommt, um da zu spielen. Und hast du nicht gesehen. Und Punkte machen. Und warum ich welche verliere. Keine Ahnung. Aber... Shit happens. So. Wir sehen uns im nächsten Angezockt oder Video oder Livestream wieder. Bis dahin. Aholl. Sagt euer Odin.